und herzlich willkommen wieder zu einer neuen ausgabe von reto games streame heute heute ist mario tag und deshalb spielen wir heute mario games ja jetzt muss ich mal gucken ob das jetzt wirklich funktioniert weil ich werde noch andere games noch zocken jetzt mit marios das ist für schluss jetzt gucken wir mal ob der browser funktioniert ja ok geht noch schnell noch ein paar mario games hoffentlich funktioniert das alles jetzt hoffentlich funktioniert das alles mit jetzt ich hab mal nes romps hm hm let's see ob das jetzt wirklich funktioniert jetzt ah ja 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 yep hm ah da hier mario romps im latour perfekt passt wir brauchen ein cds zu bei nintendo hm ah ja jetzt funktioniert es bei denen auch ich hab gerade nebenbei mein mein laptop das ist mein tablet und ja ja ich guck darauf auf der jetzt funktioniert so nein 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 was wir noch ausprobieren wollen warum wird das jetzt klappen auf der windows ah und ein das ist das gleiche nur das ist nur das gleiche so schließen verdammte scheiße jetzt ich krieg da noch richtig aggression hier mit diesem mist ja oh der scheiße jetzt hm ach das ist mal perfekt tetris plus dr mario save game eigentlich ist es nicht möglich das ganze runter zu laden und so so jetzt haben wir das fertig jetzt können wir das schließen ganz kurz aus dem ordner war das der haus damit so okie dokie ich muss mal die tastenkommunikation finden so dann starte ich schon mal die z sns ja ey das ist ey jetzt heißt das zum krotzen hier oh was passiert jetzt what the f oh no oh nein schwarzblende schon wieder oh nö ach nö ey das gibt's doch nicht schon wieder schwarzblende oder ah ja ja das war's das war's ja yep ich glaub da gibt's ja wieder mal schwarzblende jetzt ja ok dann warte mal kurz warte mal kurz warte mal kurz sonst muss ich mal ganz kurz was wir machen äh machen wir mal den bildschirmaufnahme weg und wir fügen mal eine spielquelle fenster nebenan nehmen wir mal den hm hm funktioniert nicht na gut dann probieren wir mal was ganz anderes äh fensteraufnahme probieren wir mal ob das geht ah ja jetzt geht's super dann passt's jetzt muss ich das jetzt im bild bringen das äh passt perfekt mhm mhm ok jetzt probieren wir mal als erstes tetris plus dr mario Ach, warte mal, ich muss mal ganz kurz die Konfigurieren, Outputs, äh, Moment, Moment, ganz kurz, ja, äh, kann ich hier ausstellen? Scheiße, oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ok, das sieht schon mal perfekt aus, dann so jetzt doch noch schnell ein anderes Momentum. Den kann man mal nehmen, den kann man mal nehmen. Ich weiß nicht ob das die richtige Nation ist, aber hoffsache das ist jetzt echt nicht mehr Probleme gibt es jetzt. Lass mich mal sehen. Ok, den und den schließen wir. Ok, das machen wir jetzt weg. Schmeißen wir das alles sofort. Plus das. Plus das. Oh, was ist das noch im Hintergrund? Oh, wait. Oh, what the heck. Den hatte ich nicht gesehen ey. Den hatte ich nicht gesehen ey. Oh, den hatte ich noch im Hintergrund gelaufen. Alles klar. Ja moin. So, jetzt warten wir das mal so zusammen. Jetzt gucken wir mal auf das Wind zu mir. Das wird starten. Ach, come on ey. What the heck. Ja, heute ist ein bisschen durcheinander, aber scheiß drauf. Scheiß drauf jetzt. So, den hätte ich verstanden. Ach, what the heck. Ach ja moin, da brauche ich jetzt erstmal noch den DX9 direkt. Ja moin, ja erstmal. Ja, das befinde ich sicherheitsweise in meinem Spiel. Oh no, yes. Perfekt. Ob es jetzt hier ist weiter. Fertig, zack, zack, warte, 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 warte. Was ich heute geplant habe, sind zwei Games zum Testen. Auch der PC auszählt bei 30 FPS, weil ich werde heute nur streamen mit 30 FPS und dann, was wage ich, die 60 FPS Rate zu holen. Aber auf Sache, dass es jetzt auf Aufsache geht jetzt. Na, so gut, dass ich jetzt mein Laptop habe, wo ich da alle gucken muss. Aber zumindest, dass der Bild wieder flackert und muss. Es flackert nur, weil diese Kamera nur ist. Naja, aber es ist doch eigentlich scheißgeil jetzt. Jetzt sieht es noch ein bisschen Black Blende. Aber ich mache es gleich wieder an, bis Windows Feature installiert hat. Oh, ey, diese Features, ey. Dieser Verdammte. Yes. Oh, what the heck. Oh, gut. Jetzt. 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 x2 Oh, da sieht er gar nicht gut aus. Ah, die Scheiße! Ich habe eine Idee. Ich benutze wieder die Alternative W, S. Warte mal, W, S, D. Dann machen wir für das B die B-Taste, dann die A-Z. Ne, warte mal kurz, dann machen wir das kurz anders. Weil ich hier spiele, nehme ich die Numpad, Numpad Nr. 4. Numpad Nr. 5, dann noch Numpad Nr. 2, Numpad Nr. 3. Dann machen wir mal F. Select, machen wir mal R. Ne, das ist der Serio. Ja, gut, passt. Äh, jetzt. Jetzt gucke ich mal ein Boot. Loading Key. Desktop. Oh, man. Jetzt sieht er auch kurz mal aus. Neue, aber es ist nicht so. So, ja. Probieren wir mal mit den Ernten. Oh, perfekt. Der Boot. Der Boot. Der Boot. Jetzt. Warte mal kurz. Jetzt. Noch ein bisschen leiser stein jetzt. Ah, ja. Ich glaube noch ein bisschen leiser stein, dann passt das jetzt. Und jetzt. Jetzt. Ich glaube noch ein bisschen leiser. Ich glaube noch ein bisschen leiser stein. Ich glaube noch ein bisschen leiser. Ja, das ist ein bisschen leiser. Das ist das so. Dann wird das. Ah, damn it. Ah, damn it. Nein. Was, 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 was... Reset. The game. Okie dokie. Ok, das war schon. Just Eldermat. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz... Ah ja, jetzt... Okay. Oh fuck! Oh, perfekt! Ah, perfekt, du! Yeah, Mario freut sich wieder. So, und jetzt nächstes. Dann ist jetzt wieder das. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck, dude! Perfekt! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Hm! So, jetzt. Zack. Fertig. Oha. Yeah. Damn it. Okay, jetzt wird's schwieriger. Nein. Ah, fuck. Oh, nein. Ach, nein, 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 nein. Alter, das ist ein bisschen zu schwierig. So. So, der erste Game läuft und jetzt nehmen wir das nächste. Nicht wundern, warum jetzt der Maussaggen so ist. Ähm, ja, das ist halt so. So, jetzt der nächste Game. Der nächste Game hier und jetzt. Perfekt. Okay, das passt. Okay, das passt. Das passt. Ich benutze dafür meine D-Pads. Die D-Pads, die D-Pads, wie immer. Also, das ist eigentlich der Scheiß jetzt. Hallo, drückt drauf. Jetzt aber. So, und jetzt glaube ich den ersten Game. Den ersten. Oh, fuck. Jetzt weiß ich nicht mehr, was das ist. Ich weiß 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 nicht mehr, was das ist. Oh, no. Okay. Das sieht doch schon mal krass aus. Mhm. Okay. Oha. Jetzt. Fuck. Ich glaube, ich spiele dann nächstes Mal mit dem Asch. Ah. Asch. Oh, shit. Oh, dumm. Oh. Oh. Nein. Was mache ich denn? Oh. Ach mein, warum lauf ich immer die andere Richtung? Ach dammit! Ja, pfff. Ja, okay, das passt jetzt so. Okay, das sieht aber schon mal gut aus. Gut für mich? Schlecht, dass ich immer noch die Steuerung kennenlernen muss. Ja, okay, jetzt, okay. Machen wir erst mal. Okay, dann schauen wir uns einmal an. Okay, jetzt passt's. So, hoffentlich ist das jetzt eröffentlicht. Okay, zum Schluss, habe ich für den Schloss aufgerufen. Wir spielen wieder, wenn wir alles gegen Galerie, wieder mal gegen Mario, der diese Seite öffnet. Boah, scheiße, ist zu laut. Mal mit Presage präsent. Mal ein bisschen leiser sein jetzt und jetzt. Mario's Game Gallery. So, und jetzt ein bisschen leiser stellen. Moment kurz. Moment kurz. Moment kurz. Moment kurz. Das war jetzt. Ja. Das ist ein great game. Hehehe. Also, die Jagd kennt jeder das Spiel. Das ist so eine Art Würfelspiel. Und, ähm, ja, mit der höchsten Zahl gewinnt das Spiel. Ja, das sieht echt total lecker aus mit Ednüsse und Schokolade drauf. Ich kann sehen, was Mal jetzt vor hat. Hmm, das geht auf die Full House Line. Ja, okay, Full House Line. Joroll. Okay, letztlich ist es ich. Mal sehen, was ich würfel. Mal den zu mal nehmen. War ich noch eine 4 oder eine 5? Nope. Ich hab gesagt, die 4 oder die 5. Ach, nee. Nimm mal choice. Okay. It's my turn now. Yep. Let's see. Ach, Mann, die Barbie geht immer auf den Sack hier. I got it. Ja, sie geht mir heute auch wirklich mit Keks, Leute. Yeah. Hmm. Mario's gonna put this on the little straight line. Oh, no. Okidoki. Your move. Oh, no. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hmm. Kann man auch nehmen. Oh, you're so good. Oh, damn. Dann brauch ich auch mal so viel hier. Hmm. I'm gonna roll these ones again. This is so shitty. I got it. Let's see. That's going on the fives line. Fives is okay. It's your turn. So. Let's see. Hmm. Ah. Das wäre dann eine große Chance gewesen. Ach, mein Gott. Weil man versuchen hat, einen voll rauszumachen. Nope. Nope. Ah, nee. Geh nicht. Dann mach ich das. Okay. Let's see. Hmm. Ich werde das bestimmt die... I got it. Die Straße haben. Ich werde darauf das jetzt die Straße kriegen. Hmm. Mario's gonna put this on the... Force line. Force line. Force line. Your roll. So. Okay. Let's see. Hm. Nein, warte mal. Was brauch ich noch? Äh, ja. Ich glaube brauchen wieder nochmal die... Full house. No. Ne. Machen wir bei drei. Okay. Habe ich gedacht, dass ich jetzt da sowas mache. I got it. Jetzt können wir weitermachen. That's a going on the choice line. Okidoki. Your move. Let's see. But that's it. Alter, es wird jetzt krass. Oh mein Gott. Und jetzt noch eine fünfe noch. Eine fünfe noch. Eine fünfe noch. Oh nein. I'm really enjoying playing with you. Jo. Das ist echt ein bisschen zu krass jetzt. Let's see. I'm gonna roll these ones again. I'm gonna roll these ones again. Hmmmm. I'm gonna roll these ones again. Mario's gonna put this on the big straight line. It's your turn. So. Right again. Mate. And both. Hmmmm. Hmmmm. Eins. Drei. Vier. Äh. Nein. Das will ich nicht. Hm. Ah. Damn. Okay. Okay. It's my turn now. I got it. Oh. 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 Let's see. I'm gonna roll these ones again. Oh man. Hey man. Marriott gewinnt schoen jetzt wieder Mal. Ohhhh. It's a going on the juices line. It's a your turn. Let's see. Okay, hm. Ah, können wir machen. Oh, you're so good. Ich weiß, ob ich scheiße jetzt durch. Hm. Hm. Mhm. Perfect. Okay, okay. Mario's gonna put this on the kind line. Hm. Your role. Yep. Das mache ich jetzt auch. Hm. Ich nehme mal die zwei. Ich brauche die zwei. Hallo. Kennt man kein Spiel? Eins, zwei. Okay. Okay. It's my turn now. Echt, jetzt. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz. Das ist jetzt. Hm. Hm. I got it. Ich habe jemanden zu reden. Oh mein Gott, ey. Mario, du bist einfach nur so. Pfff. Oh. Fives. Ich brauche Fiiiive. Ich brauche die fünf. Ich debb. Ich debb. Ich debb. Das sieht super besser aus. Nah. Okay. Shit. Ah, shit. I got it. I'm gonna roll these ones again. Ah, this is so bullshit, ey. Alter, das ist echt der nächste bullshit, ey. Okay. Let's see. Mario is gonna put this on the trees line. Hm. Your role. Yes. Okay. Hm. Nehmen wir mal die drei Sechsten. Hoffentlich das wir auch vor der Kai oder Jagdüberfüll. Oder ich rechne voll aus. I really enjoy playing with you. Haha. It's my turn now. Also das ist echt blödig krass jetzt. Hm. 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 I'm gonna roll these ones again. Hm. Hm. Decks are going on the Aces line. Pff. Okidoki. Your move. So. Mist. So. Jetzt. Entweder vor der Kai oder direkt Jagd. Ne. Passt nicht. Ich geh jetzt nochmal sicher ob das jetzt Jagd kommt oder nicht. Oh. Oh. Direkt. Uh. 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 It's my turn now. Ich werd 100% gewinnen jetzt. Ich werd 100% gewinnen. Hoffentlich noch. I'm gonna roll these ones again. Yay. Dieser. Dieser Big Hit. Die schmeckt ein stark lecker. Jetzt sieht sie aus wie M&Ms und so. I got it. I'm gonna roll these ones again. Und ab nächste Woche geht's dann gleich los mit den Spielen, was ich ausgesucht habe. Okay. It's your turn. So. Machen wir noch die Runde mit Würfeln klar. Okay, das ist eh die letzte Runde. So. Dann ab morgen wird's eh wieder fortgesetzt mit dem Mario's Game Gallery. Ab nächste Woche und so. Ah ne. Gut. Ähm. Passt das? Okay. He he. You won. He he he. 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 Das ist krass jetzt. Nehmen wir mal No. So. Und. Ah. Eine. Ich glaube wir machen eine noch. Und zwar ein schnelles Spiel. Dominos. Great. I'm a like. Dominos. He he. Domino. He he. Oh my god. Bing. Bing. Let's play. He. Und am Morgen gibt's dann gleich wieder ein Ball los. I placed the first doublet. Okay. Machen wir das. You such a good player. Hmm. Oh brother. How about this move? Ha 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 ha. So. Uh. Duck. That's that. Take a good move. Hmm. Eureka. Mhm. So it suck. For das. It's my turn now. Hmm. Oh fuck. Oh damn it. Oh you so good. Oh brother. Hmm. Hmm. Eureka. Hi. Mhm. Ah. Du kriegst das jetzt. Ah. Ach du. Hm. Okay. Jetzt. Hello. Hm. 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 Let's see. Oh. Oh. Oh damn it. Here's your bone. Hey. You play so well. Hm. Hm. Oh brother. I got it. Ah tu scheiße. Here's your bone. Oh oh. No more dominos in the bone yard. Hm. Doch kann ich noch. Nein. I'm. Pass. Hm. Eureka. You're such a good player. Oh. You next. It's my turn now. Hm. I pass. Oh god ey. Jetzt. Jetzt kommt's. Ah. Ich kann beides machen. Hm. Let's see. Und. Gewonnen. Congratulations. I'm really enjoy playing with you. Ja ja. Yay. Hey. How about another game with me. Okay. So. Ich glaub. Morgen. Geht's dann weiter mit Backgammon. Go Fish. Und dann Crackers. So. Machen wir heute Schluss. Gehen wir Excel. So. War's doch. Okay. Wir gehen uns heute wieder am Ende. Wir neigen heute die Ende zu. Aber sonst habt ihr ja trotzdem was gemacht mit mir. Hoffentlich dass es euch gefällt. Ja. Dann schauen wir mal wie wir denn heute raiden. Ähm. Ja. Also. Dann. Erst wenn die Musik aus ist. Und dann gleichzeitig den Stream auf ist. Dann. Ready. Dann. Okay. Das heißt. Ich muss jetzt mal kurz kurz die Musik rausholen. Okay. Aber morgen. Geht's dann weiter. Oder. Wenn's morgen klappt. Mache ich morgen wieder weiter mit äh. Manus Game Gallery wieder. Und. Ja. Ansonsten. Ja. Das passt. Ähm. Ja. Ja. Dann werde ich jetzt dann. Sagen. Wir sehen uns dann. Morgen wieder. Zum. Neue. Also. Morgen. Ich glaube ich muss mal morgen gucken ob ich morgen Zeit hab. Für Stream. Ansonsten. Werde ich dann noch vielleicht am Nachmittag oder so probieren. Aber. Ich werde das eh am Abend machen. Am Abend ist es okay. Ansonsten. Ja. 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 Was will ich noch probieren. Oh. Oh. Abends klappt. Oder nicht. Wir werden das jetzt nochmal gucken. Okay. Okay. Ok. Okidoki. So. Dann sag ich jetzt einfach. Hoffentlich euch den Stream gefällt. Und. Ja. So. Also gut. Also. Wie gesagt. Äh. Nach der Musik. Wo werde ich dann gleichzeitig auf den Stream off gehe. Dann rate ich den. Ok. Okidoki. Also gut. Also gut. Danke. Dass ihr dabei seid. Und. Hoffentlich euch das Stream gefällt. Und. Ja. Wir sehen uns dann vielleicht. Oder morgen noch. Zum neuen. Live Stream wieder. Alles dann. Haut auf. Bis dann. Und sag jetzt noch. Ciao. Ciao Leute. Jetzt einmal kurz. Ein Musik von meiner Wahl. Und. Ich hab schon eins. Also. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann bei nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.